Hallo meine Lieben hier auf YouTube. Was gibt es heute in dem Video zu sehen? Ich mache es ganz kurz. Es gibt Bilder von der Fahrt Sacralobra. Eine der bekanntesten und spektakulärsten Straßen hier im Dramontaner Gebirge. Genießt jetzt einfach die Bilder. Viel Spaß damit. Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt, ihr Lieben, stehe ich an der Einfahrt am Anfang der Sacralobra. Ja, eine der schönsten und spektakulärsten Straßen hier im Dramontaner Gebirge. Und ja, die geht jetzt runter. Und genießt die Bilder. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und zum Ausflugspunkt Sacralobra. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die, die uns noch nicht abonniert haben, die abonnieren uns jetzt bitte. Würden uns freuen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick vom Cancormé. Tschüss. Ciao.